Hallo, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für dein Einschalten und herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Lass uns mal schauen, was hier so los ist und während ich die Karten mische, machst du dir einmal bitte bewusst, dass das eine allgemeine Legung ist. Du kannst damit resonieren, musst es aber nicht. Schau daher bitte, ob das Ganze hier überhaupt auf dich passt und stimmig ist. Zweitens, Trägerwarnung ist möglich. Drittens, zeigt sich dein Gegenüber. Da kann es sein, dass du dich trotzdem in dieser Energie wiederfindest. Heißt, was die Energien einmal dann komplett verdreht und vertauscht sind. So, was haben wir denn hier? Was gibt es denn hier schon für Energien und Vorwege? Nadelöhr auf einem Bein tanzen. Ich finde das gerade so geil. Guckt euch mal die Karte hier an. Guckt mal hier, dieses Bein, dieses Füßchen zeigt hier direkt aufs Nadelöhr rauf. Es ist so, als würde man durch irgendetwas versuchen wollen, durchzugehen. Und hier ist ein richtiger Balanceakt ist, durch dieses Nadelöhr sich durchzufriemeln. Tieftaucher, sich in eine Aufgabe versenken. Intentionalität, Intention, sich in eine Aufgabe versenken. Was ist der Grund? Was ist der Grund? Warum macht man sowas? Was ist das hier? Es ist irgendwie so, als würde hier jemand den Zeh in einen Teich oder was auch immer Eintagung mal zu fühlen. Wie ist denn so diese Wassertemperatur? Das ist so eine Art von Anbaden, sich antasten, irgendwie so was ganz Vorsichtiges, etwas ganz Vorsichtiges herantasten, das man hier einfach nur macht, um mal zu gucken, wo das Ganze denn hier eigentlich hingehen soll. Also es ist irgendwie so, pass mal auf, es ist so, hier zeigt sich eine Energie an, die sehr vorsichtig ist, die sich herantasten möchte an eine Angelegenheit, die man hier einfach nicht kennt. Hier geht es um den Tieftaucher, sich in eine Aufgabe versenken. So, es scheint mir danach zu sein, als hätte hier jemand wirklich, ist hier jemand wirklich tief eingetaucht in eine ganz bestimmte Materie, wieder hochgekommen, also sprich wieder aufgetaucht mit einem ganz neuen Bewusstsein und will nun versuchen, dieses Bewusstsein, diese Erkenntnisse, die man hier erlangt hat, jetzt versuchen möchte umzusetzen. Und dadurch wird man hier jetzt nun auf einem Bein tanzend versuchen wollen, sich durch dieses Nadelöhr hier durchzufremeln, weil das hier eine ganz neue Angelegenheit ist, das kennt man so nicht, das ist irgendwie was ganz Frisches hier einfach, weißt du? Und dann erst einmal sich antasten wollen, vorsichtig anpischen, um zu gucken, ja, wie ist denn so die Wassertemperatur? Kann ich das machen? Kann ich da eintauchen? Vielleicht ist auch jemand jetzt gewillt, tiefer zu tauchen, tiefer einzutauchen und eine ganz bestimmte Materie, die hier vielleicht noch nicht so ganz erforscht war für die jeweilige Person, was auch immer das hier sein mag, ja? Aber im Endeffekt geht es darum, hier jetzt einmal tiefer einzutauchen, sich das auch zu trauen, ja? Das ist ja hier eine gewisse Vorsicht und Angst, die man hat. Und durch diese Vorsicht und Angst will man sich ja hier erst recht durch dieses Nadelohr durchwrimeln, wenn man sich Stück für Stück da durchwringeln möchte, da man keinen Bock darauf hat, hier irgendwie in einem freien Fall gelotst zu werden. Aber das passiert hier nicht. Das, was hier passieren soll, das ist so die Auffassungsgabe darüber, sich hier mit Thematiken auseinanderzusetzen, die tief im Verborgenen liegen, ja? Es geht hier viel um Emotionen und Gefühle, Schattenthematiken, die man sich eine lange Zeit nicht angeschaut hat, die man hier verdrängt hat, ne? Und hier kommt nun eine Aufgabe auf jemanden zu, das kannst du natürlich jetzt auch selber sein, um sich hier mit dieser Thematik jemansprechend auseinanderzusetzen und sich hier eine Gegenüberstellung einzuholen, ja? Also das Ganze hier reflektiert, sich viel hinterfragt. Warum, wieso, weshalb, weswegen? Warum ist das so? Genau, aber ich habe das hier eher auf einer sehr ganz, ganz neutralen Ebene. Ich habe das hier irgendwie nicht so negativ behaftet, ne? Sondern eigentlich eher so ganz neutral. Wirklich ganz, ganz neutral. So, jetzt möchte ich doch mal gerne wissen, worum es sich hier handelt. Worum geht es hier genauer? Was können wir denn dazu? Ach, ich lasse es einfach. Was können wir denn dazu wissen? Was können wir denn dazu wissen? Was können wir denn dazu wissen, worum geht es hier? Oh, es ist aber schwer hier heute wieder. Was können wir denn dazu wissen, worum geht es hier, ihr Patreon? Okay. Achso, jetzt verstehe ich das. Okay, du bist die Aufgabe, in der man sich versenken darf oder wird oder soll oder was auch immer. Du bist hier die Aufgabe für jemanden. Hier. Ihr habt einen Vertrag, ihr habt ein Versprechen. Das möchte eingehalten werden. Okay, davor hat jemand Schiss. Davor hat hier jemand Schiss. Jemand hat Angst vor dir, vor dieser Aufgabe mit dir zusammen, das Ganze hier anzugehen. Was ja jetzt hier nicht negativ irgendwie gedeutet ist. Nein, es ist halt einfach nur so dieses Unbekannte. Sich hier herantasten wollen an eine unbekannte Person. Also du dementsprechend, die hier etwas ausstrahlt oder verkörpert. Dass man so nicht kennt. Darum geht es ja einfach. Dass man hier einfach nicht kennt. Und ich sehe ja auch, hier gab es echt Schwierigkeiten bei euch. Eure Startsituation, eure Anfangssituation, die war sehr, sehr schwer. Hier gab es schon zu Beginn viele Hürden und Schwierigkeiten. Viele hatten hier auch Kommunikationsprobleme gehabt. Es ging um Ghosten. Es ging hier auch um Missverständnisse, die ausgesprochen worden sind. Ja, man hat aneinander irgendwie vorbeigesprochen. Irgendetwas ist hier nicht auf einen Nenner gekommen oder konnte nicht zusammengeführt werden, weil es einfach damals noch nicht so richtig an der Zeit war. Und diese Blockaden, die haben hier echt eine lange Zeit gebraucht, bis die jetzt endlich mal sich auflösen. Und diese Blockaden, die lösen sich auch auf. Und wohin führt das Ganze? Zu einer positiven Veränderung für dich. In deiner Richtung wird sich etwas positiv verändern. Das, was du jetzt hier eigentlich noch gar nicht so wirklich weißt. Das, was du eigentlich nur weißt, ist, hier ist jemand ein Risiko eingegangen, hat dich hier irgendwie, ich weiß nicht, sitzen gelassen, alleine gelassen, was auch immer bei euch passiert sein mag. Ja, das ist jetzt hier ganz unterschiedlich. Und hat dich hier sozusagen irgendwie einfach stehen lassen. Man hat dich hier nicht weiter abgeholt. Man hat dir irgendwas gesagt und plötzlich war man weg. Du warst total verwirrt. Du wusstest nicht selber, wohin sollst du jetzt gehen? Was sollst du damit anfangen? Du konntest damit einfach nicht umgehen. Du konntest damit einfach nicht umgehen. Und nun ist es so, dass aufgrund, ich gehe mal in der Annahme, dass ihr einen Kontaktabbruch hattet. Ja, und das ist ja auch wirklich eine lange Zeit. Dass währenddessen ihr keinen Kontakt hattet, sprich ihr wirklich voneinander distanziert wart, vieles passiert ist, was du selber gar nicht weißt. Das weißt du nicht. Das Einzige, was du nur weißt, ist, du möchtest eine positive Veränderung haben. Und möchtest dir auch aus diesem Kreislauf austreten, der hier so schwer für dich ist. Und möchtest dich einfach nur ins Boot schwingen, das dich abholt, um dich in eine positive Veränderung zu tragen, zu bringen. Prinzipiell ist das kein falscher Gedankengang. Das stimmt auch schon, ja. Hier soll ja auch irgendetwas kommen, das dich wieder abholt. Und dich wohin trägt, wo du selber gerade noch drin steckst. So, und das kann hier was mit deinem Gegenüber zu tun haben, der hier einmal auf dich zukommt. in kleinen Schritten und auch wirklich in ganz besonderen Schritten. Also, dass er hier irgendwie Dinge bringen kann, die du hier irgendwie, mit denen du gar nicht mal rechnest. Also, ja, weil er auf einmal zu Dingen fähig ist, die du so von ihm nicht gekannt hast, die er dir nicht gezeigt hat, nicht gesagt hat, ja. Kann sein, dass du ihn anders kennengelernt hast. Und wenn er hier auf dich zugeht, auf dich zukommt, dann ist er hier ganz verwandelt, transformiert. Einfach nur anders, ne. Und das hat was damit zu tun, dass er hier Schiss vor dir hat. Oder er hat einfach nur Angst vor dir gehabt. Vor dieser Tiefe. Du bist hier die Aufgabe für jemanden, so. Und jetzt geht es darum, dass diese Aufgabe, also sprich du, angegangen wird, damit er hier tiefer tauchen kann, damit er dieses Tieftauchen lernt. Tief reinschauen in die Seele, in die Emotionen und Gefühle, die er hier wirklich einst blockiert hat, abgeblockt hat, abgewehrt hat, wo er Grenzen hochgezogen hat. Ja, es kann auch wirklich sein, dass er dir hier die kalte Schulter gezeigt hat, dir hier irgendwas gesagt hat, die Scheiße behandelt hat, mit Worten natürlich, ne. Dass er dir da irgendetwas gesagt hat, im Sinne von, es wird hier nicht weitergehen, ich will niemanden mehr haben, ich hab da keinen Bock drauf, kann mich mal gestullen bleiben, irgendwie sowas, ne. Und das Blatt hat sich hier aber definitiv gedreht, hier hat sich etwas verändert. Er wusste zu dem Zeitpunkt schon damals, dass du hier etwas Wichtiges mitbringst, ne. Und davor hatte er damals aber einfach nur Schiss gehabt, weil er das nicht kannte. Das ist ja irgendwie eine Begegnung der dritten Art, die du verkörperst, die du ausstrahlst. Und das hat ihn hier ziemlich nervös gemacht, den Guten, ne. Und jetzt geht es darum, genau dieses, was man hier hochgezogen hat, diese Blockaden, diese Grenzen zu verlassen, um in diese positive Veränderung mit dir einzutauchen. Und das wird geschehen, das wird er hier machen. Ob es jetzt nun mit dir sein wird oder ohne dich, das weiß ich nicht. Ja, das sehe ich hier tatsächlich nicht. Ich weiß nur, ich sehe nur, dass du mit involviert bist, ne. Und zu gegebener Zeit er hier auf dich zukommen wird, um, das kann aber gut wirklich durchaus möglich sein, dass du erwischt, das ist dir wahrscheinlich selber auch noch gar nicht bewusst, ne. Du hinterfragst dich ja hier auch, was der Sinn und Zweck dieser ganzen Angelegenheit hier überhaupt zu bedeuten hat. Ja, das hat einen Sinn und einen Zweck gehabt, und zwar für ihn. Bist du hier ein ganz besonderer Sinn und Zweck, ne. Du verkörperst dir wirklich eine Aufgabe, die er einfach nicht kennt. Und um diese Aufgabe gilt es nun einzutauchen. Hier etwas mit Tiefgang zu erleben, vor dem er hier Schiss hatte. Und das weißt du hier höchstwahrscheinlich nicht. Ne, weil er sich dir ganz anders gegeben hat, sich ganz anders gezeigt hat, Dinge gesagt hat, die halt nicht so nett sind, ne. Ja, da hat die Angst aus ihm gesprochen, ne. Ne, und das will ich nicht, und lass mich damit in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben. Und so weiter und so fort. Ja, auch sogar die Aussage, du lügst doch, kam hier durch. Na, obwohl du es ernst gemeint hast. Du hast die Wahrheit gesprochen. Und er hat dir gesagt, du lügst. So, und genau diese falsche Angehensweise, was man hier über dich denkt oder gesagt hat, und, und, und. Das sind alles seine Lernthematiken, die er hier jetzt angehen muss, die er hier angehen wird. So, und du bist daran mit involviert, weil du dazu fähig sein wirst, ihn dahingehend auch zu führen, ja, und auch nicht fallen zu lassen. Er hat wirklich Angst, fallen gelassen zu werden, ne. Wenn er sich hier durch dieses Nadelöhr durchwremelt, dass er Schiss hat, ganz, ganz tief zu fallen. Muss er aber nicht, weil du da bist, um ihn aufzufangen. Wenn du es überhaupt möchtest, mach bitte damit jetzt das, was du willst, ja. Ich gebe die Botschaft hier nur weiter, und jeder von euch ist in einer ganz, ganz anderen Situation. So, und je nachdem, wie weit du bist, ob du hier überhaupt noch Lust auf irgendein Gegenüber hast oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, darum geht es jetzt hier nicht. Es geht hier einfach nur immer um die Botschaften. So, ich sehe hier aber auch, hier kommt ganz, ganz viel Heilung und Stabilität in eurer Verbindung wieder rein. Das Ganze wird hier nochmal stabilisiert werden. Hier darf ein neues Fundament, ein neues Grundgerüst aufgebaut werden. Und das auch ausbaufähig ist. Also sprich, dass es weitergeht, ja. Denn hier hat jemand sich etwas angeschaut, ganz genau angeschaut. Du hast hier irgendetwas mitgeteilt, irgendetwas hast du gesagt, rausgegeben an Informationen, dass man sich hier immer und immer wieder durchliest, immer und immer wieder permanent genau anschaut, richtig analytisch an diese ganze Angelegenheit rangeht, ja. Und das, was du gesagt hast, das ist irgendwie hängengeblieben, ja. Das hat gefruchtet. Also das ist hier wirklich hängengeblieben, womit man arbeiten kann, womit dein Gegenüber arbeiten kann, ne. Und hier möchte man dir auch irgendwas mitteilen. Man möchte dir etwas sagen. Etwas, das hängengeblieben ist, möchte man dir sagen. Und das, was hier hängengeblieben ist, das ist irgendwie deine eigene Antwort auf eine Frage, die du hier selber natürlich auch noch hast. Weil du stehst ja auch hier wie im Wald und nicht abgeholt. Wie so ein begossener Pudel stehst du hier, ne. Oder standest da. Du bist ja mittlerweile auch viel geheilt und transformiert und stabil aufgebaut. Eigentlich tangiert das Ganze dich hier gar nicht mehr so dermaßen, ne. Aber hier kommt jemand auf dich zu und will dir hier etwas mitteilen, etwas sagen, ne. Ähm, etwas im Sinne von, ähm, ja, das Vertrauen ist hier erst einmal ganz wichtig. Ja, zu vertrauen. Es kann auch sein, dass sich hier jemand hier irgendwie durch dich so gefühlt hat, als würdest du hier jemanden versuchen wollen, in eine Falle zu locken. Das war natürlich nicht deine Intention. Es ist halt einfach nur aufgrund schlechter Erfahrungen aus der Vergangenheit, die er hier auf dich projiziert hat, ne. Und deswegen hat man dich hier wie so ein Stück Dreck behandelt, um es mal auf den Punkt zu bringen, ne. Und aufgrund schlechter Erfahrungen aus der Vergangenheit, die man auf dich projiziert hat, dachte er hier natürlich auch, du willst ihn auch hier nur in die Falle locken. Aber nein. Hier kommt nämlich eine mega krasse Erkenntnis rein, und genau das will er dir hier irgendwie mitteilen. Etwas, das du gesagt hast, ist hängen geblieben und etwas, das du gesagt hast, hat sich auch für ihn selber bestätigt oder für sie. Männer, ihr müsst das bitte mal auf euch selber um. Ne. Hier kommt irgendwie echt eine krasse Bestätigung rein, die dich selber hier irgendwie aus einem verwirrten Zustand rausholen wird. Mit der du auch dementsprechend arbeiten kannst. Ne. Und das, was man dir hier sagt, das hat Hand und Fuß, ja. Also, was dir dein Gegenüber jemand sprechend denn hier rausgeben möchte, hat Hand und Fuß. Ja. Ob du nur diese Hände und Füße annimmst, das ist dir überlassen. Ja. Du machst ja hier mit der Legung sowieso das, was du möchtest. Ja. Da halte ich mich ja komplett raus. Ich bin nur der Botschafter. Aber das, was man dir hier sagen möchte, dass etwas hängen geblieben ist und dass du recht hattest mit dem, was du gesagt hast, hat Früchte getragen. Das ist hängen geblieben. Und hat sich für ihn auch im Außen durch eine sehr negative Erfahrung bestätigt. Und das wird hier irgendwie so ein Mitteilungskonzept sein, ja. Also, dass man dir das hier wirklich mitteilen will. Der Brief ist auslegend. Mitteilung kommt nach Hause rein. Also, musst du mal gucken. Es kann auch sein, dass du hier schon recht lange auf irgendetwas wartest, ja. Vielleicht auch schon seit einem Jahr circa. Dann habe ich hier auch irgendwie so eine Art Abkürzung. Dieser wartende Zeitraum, in dem du schon drin steckst, der wird irgendwie abgekürzt werden. Ja, hier kommt dann, plötzlich geht es schneller als erwartet. Das möchte ich damit sagen, weißt du. So. Na gut. Dann lasse ich es mal so stehen. Und schau mal, was dir diese Legung hier bringt. Lass uns mal auf die Sternzeichen noch abschließen. Gucken. Der Löwe. Der Skorpion. Die Waage. Die Jungfrau. Krebs. Wassermann, du machst hier wieder einen Querschläger. Wassermann. So. Na, dann hoffe ich mal. Die Legung war dir hier sehr dienlich. Und du konntest für dich selbst einen ganz wichtigen Impuls mitnehmen. Ich danke dir für dein Einschalten. Und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.